ARD Text im Auftrag von Funk Und der Kalle ist schon voll fetter im Pen, also ist auch nicht mit dabei. Aber ich spiele noch ein Nusserweiler Games auf Akando, die diese Map mag eigentlich niemand, aber wir müssen sie leider spielen. Ja, Louis hat es wieder gesucht, Louis ist eigentlich schuld, also könnt ihr ihn ruhig gerne zusammenschlagen. Ja, ich bin halt auf den draufgegangen, wo noch keiner drauf war, weil ich versuche natürlich nicht alleine aus. Beste Kiste meines Lebens! Spinnnetze und ein Kompass. Ich sag's euch, Alter. Oh, oh, Eisenhose. Nein, es geht schon wieder los, ich hab schon wieder nicht eine Waffe. So, wir wollen mal gucken, was wir hier noch so finden könnten eventuell. Jetzt muss ich mitten durch diesen scheiß See schwimmen, weil dann nebendran der kleine Wasserfall ist. Oh, ich krieg's kotzen. Ich seh da oben schon den Random Player. Ich geh direkt in die andere Richtung, seh ich gar nicht ein. Ja, die Westen, wir haben eine Dia. Ja, wieder Dia-Spitzhacken. Erzähl's mal die Dia-Spitzhacken und Act... Immer dasselbe mit dir. So, Leute, jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt einen Kompass, ne, und können ja eigentlich gucken, wo die anderen sind. Das ist ja eigentlich an sich eine ganz lustige Sache. Nein, Kiff, ich seh dich schon. Oha. Eine Quip ist jetzt aber eigentlich ganz in Ordnung, muss ich sagen. Hinter dir ist, glaub ich, einer, Nick, oder? Ne, das bist du. Tut mir leid. Der hat Pfeile! Hätt ich das gewusst, hätte ich dich direkt geklatscht, Alter. Irgendwie haben die gefühlt nicht connected, die Pfeile. Ich bin um dich herumgelaufen. Ja, aber... Einmal war ich, glaub ich, voll drauf und irgendwie nicht connected. Oh, egal. Okay. Ich hab jetzt überlegt, ob ich, äh... Weißt du? Oder nicht. Aber... Aber wie soll ich das Emo-Scheiße ficken? Gezauertisch? Ja. Ich hab ein Deer sogar, aber der bringt mir nichts. Alter, das ist lächerlich! Ich hab selber einen Goldapfel drin und du fixst mich einfach. Wo ist die Logik? Du kriegst keine Brust an, du greifst mich komplett nackt. Natürlich hatte ich einen. Nein, du warst nackt, du Idiot! Oh mein Gott, dann hab ich den nicht angezogen. Du bist so dumm, Alter. Diesen Moment. Ich trotzdem hätte ich dich klatschen müssen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Das geht mir auch oft genug so. Ja, es ist fakt, Alter, wie viele Hits ich dir gegeben hab, bevor du überhaupt angefangen hast, mich zu schlagen. Unnormal, lächerlich. Äh, sagt mir mal kurz Bescheid, falls er kommt. Äh, ich weiß nicht mal, wo du bist. Hallo, Fahrradkette. Ich bin in der Mitte noch. Und? Alter, als ob ich Haltbarkeit auf das Schwert kriege. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich muss Haltbarkeit verzaubern. Das ist die Dahl, ich hab Farid noch nie gehört. Oh Gott. Ich hab's, oh doch, ich hab Schärfe bekommen. Ich hab Schärfe auf meinem Steinschwert wenigstens. Was, Leute? Ja, Leute, das könnte sein, dass wir jetzt sogar noch gewinnen könnten. Ich weiß ja nicht, was der andere Typ hier für Equip hat. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Und was zeigt dahin? Wir greifen jetzt mal direkt an. Oh Gott, er hat einen Bogen, Läger. Ich hab auch einen Bogen und deine Pfeile. Er spammt, Gagel. GG. Ja, Leute, in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Kevin hat richtig schön gewonnen. Und er verlief, verlief, verlief direkt das Spiel. Hau da rein. Kevin ist kacke.